Diese ganze Geschichte war sehr hart für mich. Und ich hab versucht, so zu tun, als wäre das nicht hart für mich gewesen, aber da war ich echt richtig fertig. Und als ich neulich gesehen habe, dass du weinst, das war ganz ehrlich, der schlimmste Augenblick in meinem Leben. Gib mir die Chance, dir ein bisschen was zu sagen. Als ich weiß nicht, ob ich sehr verletzt bin. Und das Komische an der Sache ist, dass ich dich eigentlich nur glücklich machen möchte. Also, ich hab da sehr viel Zeit, um über einiges nachzudenken, was so passiert ist. Und ich weiß, dass ich nicht immer das Richtige tue oder dass ich nicht immer das Richtige sage. Aber ich bin bereit zu versuchen, etwas zu erzählen. Und ich bin bereit zu versuchen, etwas zu erzählen. Und ich bin bereit zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020